Falls du dich fragst, wie man mit TikTok Geld verdienen kann, dann bist du hier im richtigen Video gelandet. Denn heute erkläre ich dir all die Möglichkeiten, die du hast, um mit TikTok Geld zu verdienen. Hey Freunde, ich bin Alex oder auch Axleck online genannt und ich habe auf TikTok ungefähr 13.000, 14.000 Abonnenten und habe verschiedene TikTok-Accounts geführt, habe mehrere Millionen Aufrufe generiert und ich sage dir heute, wie du mit Millionen von Aufrufen oder auch weniger Geld verdienen kannst. Kurz vorweg, ich habe auch einen Artikel geschrieben, der genau das beinhaltet und immer wieder aktualisiert wird auf Axleck.de, Link in der Beschreibung. Jetzt fangen wir direkt an. Das erste, was du machen kannst und das ist mit Sicherheit das Einfachste, ist einfach TikTok Werbung schalten. Das hieß mal Creator Fund oder Creativity Programm oder wie auch immer. Das ist, wenn du eine bestimmte Abonnentenzahl erreichst und eine bestimmte Aufrufzahl erreichst in einer bestimmten Zeit, kannst du einfach Werbung schalten oder du bekommst halt Geld dafür, dass deine Videos angeschaut werden. Manchmal erscheinen dann vielleicht Werbungen bei dem User, wenn das lang genug ist, denn es ist glaube ich so, dass bei dem neuen Programm jetzt alle Videos ab einer Minute erst vergütet werden und momentan sehe ich viel, dass dort auch Werbung geschaltet wird. Das ist halt wirklich das Passivste, was du machen kannst und deswegen gefällt das auch den meisten, weil du einfach Videos weiter hochlässt wie vorher, nur dass du jetzt auf einmal Geld dafür bekommst. Und es ist tatsächlich so, dass das nicht so viel ist. Also im Vergleich gerade zu anderen Plattformen, wie jetzt einem YouTube-Kanal oder wenn du eine Webseite hast, wo du Werbung drauf schaltest oder wie auch immer. Es ist eigentlich die Plattform, wo du am wenigsten Geld verdienst dafür, dass du Werbung schaltest. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, die nächsten Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Die zweite Sache, die ich sehr cool finde, ist Livestreaming auf TikTok. Dort kannst du einfach Livestreamen wie auf YouTube, Twitch, wie auch immer und da können die Leute halt Geld spenden. Es funktioniert ein bisschen anders als bei anderen Plattformen, weil dort wandeln die Geld in Münzen um und Münzen dann in Geschenke und du bekommst dann die Geschenke und dort kannst du auf jeden Fall schon für die gleiche Zeit, die du quasi mit Content verbringst, wesentlich mehr Geld verdienen, wenn es so ist, dass Leute dir Sachen schicken. Deswegen gibt es ja sogenannte Livestreams, die nur damit sich beschäftigen, ah ja, wer bekommt jetzt mehr Geschenke, der auf der linken Seite oder der auf der rechten Seite und was ich jetzt persönlich nicht für den besten Content halte, aber es zeigt auf, dass es möglich ist, damit viel Geld zu verdienen und tatsächlich denke ich, dass viele nur durch dieses Livestreaming auch ihr Gehalt quasi verdienen, ihren quasi Lebensunterhalt schon verdienen. Dafür brauchst du tatsächlich nicht unbedingt so viele Abonnenten und Follower, sondern du wirst oftmals auf der For You Page einfach angezeigt, wenn es besonders interessant ist, wenn Leute dabei bleiben, wenn die nicht alle direkt wegklicken und somit kannst du sowohl neue Abonnenten generieren, als auch Geld damit verdienen. Als drittes gibt es Affiliate Marketing. Das bedeutet, dass du einen Link hast in deiner Bio, den kannst du verwenden, das kommt immer darauf an. Manche Accounts können das schon direkt, manche Accounts können das erst ab 1000 Abonnenten. Auf jeden Fall benutzt du diesen Link, da benutzt du zum Beispiel einen Linktree oder irgendeinen Link, den du halt möchtest, der zu etwas führt, wofür du Provisionen generierst. Zum Beispiel bewirbst du dann, was weiß ich, irgendwas, was du dauernd in deinen Videos benutzt, nimmst da den Link zu Amazon beispielsweise, bist da ein Partnerprogramm drin, da kann sich jeder einfach ganz normal anmelden, kostenfrei und bekommst dann Provisionen dafür, wenn irgendwas gekauft wird über deinen Link. Das geht natürlich auch noch weiter, du kannst auch theoretisch sagen, ey, ich bewerbe jetzt noch was anderes dort, dies, das. Also es gibt eine Million Affiliate Programme, bei denen du dich auch bewerben kannst. Beispielsweise finde ich die meisten bei Awin, dort kannst du dich einfach anmelden, das ist so eine Plattform, wo du dich bewerben kannst für Affiliate Programme. Du musst aber aufpassen natürlich, dass es auch passt vom Content her und du bewerbst dich halt. Das heißt, am Ende musst du auch angenommen werden, musst du halt so vielleicht eine bestimmte Zuschauerschaft schon haben, damit die sagen, jo, das passt, den finden wir cool, den nehmen wir jetzt an. Wenn du dich dafür zum Beispiel interessierst, auch der Link in der Videobeschreibung. Als weiteres gibt es noch Product Placements, da ist es natürlich so, je mehr Abonnenten und Follower du hast, desto mehr Geld bekommst du natürlich auch, beziehungsweise je mehr Aufrufe du generierst, desto mehr Geld bekommst du auch. Aber Product Placement ganz einfach, du hast ein Produkt, sagst zum Beispiel, ey, komm, das Handy hat mich jetzt hier gesponsert oder das ist richtig klasse, kauft euch das mal oder guckt euch das mal an und die Firma zahlt dir Summe XY entweder einen Festbetrag oder einen Festbetrag, der geringer ist, plus halt Provisionen. Das heißt, dass du sagst, jo, oder guck mal einen Link in meiner Bio hier, dann klicken wir drauf und für jeden Sale, den du generierst, bekommst du dann 1, 2, 3, 4, 5 Prozent. Kommt halt immer drauf an. Product Placements sind besonders interessant, wenn du schon eine Zuschauerschaft hast, die dich toll findet. Was man natürlich auch machen kann, ist eigene Produkte rausbringen, ob du jetzt T-Shirts rausbringst, ob du jetzt Parfum rausbringst, ob du, whatever, ich beispielsweise habe ein Buch rausgebracht, was du dir kaufen kannst, sein Social Media Planer, wenn du mit Social Media anfangen willst oder schon dabei bist und nicht so strukturiert bist, ist hier ein Wochenplaner drin für jede Woche quasi, wann, wie, wo, was willst du posten, wie ist das angekommen, ein bisschen auch um eine klare Struktur zu behalten und mit ein paar Fragen über dich quasi am Anfang um selbst für dich klar zu kommen, yo, was möchte ich eigentlich posten, in was für eine Nische möchte ich gehen, wo bin ich so passionate about, das kann man alles mit diesem Buch machen und wenn es quasi voll ist, weil die Wochen halt durch sind, das gilt ungefähr ein Jahr, dann kann man sich halt einfach das Buch nochmal kaufen und habt quasi wieder einen Wochenplaner. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und so kannst du natürlich dann auch wieder Geld verdienen, allerdings muss das Produkt natürlich auch zu deinem Content passen. Ich hoffe, ich konnte dir heute helfen, ein paar Sachen zu finden, mit denen du Geld verdienen kannst auf TikTok oder mehr Geld verdienen kannst auf TikTok und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.